schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zum aktuellen pflege update heute mal nicht mehr live von einem kongress sondern wieder ganz normal zu folge 50 mit den themen der aktuellen woche lukas wie geht es alles fit ja mag es mir geht es gut vielen dank der nachfrage ich hoffe du hast deinen dienst gerade gut überstanden wir nehmen heute zu einer bisschen ja späten zeit auf unchristlichen urzeit aber das liegt daran dass irgendwie so viel passiert ist in den letzten tagen noch und da wollten wir natürlich nichts vorenthalten da gab es gestern noch ein meeting bei der krankenhaus strukturreform meine ich lukas hast du dich da näher mit beschäftigt genau max die krankenhaus strukturreform wird heute ein thema sein um das wir uns kümmern ebenso die studie oder eine studie der konzertierten aktion pflege die irgendwie so ein bisschen untergegangen ist hatten wir zumindest das gefühl und max du bist und später dazu mehr erzählen und wir haben auch noch ein paar ja kleine kurzen nachrichten für euch vorbereitet ein thema das wir im pflege update eigentlich schon ziemlich häufig besprochen haben ich hoffe es hängt euch nicht schon zum halse heraus ist die geplante krankenhaus reform es ist aber nun mal auch das größte thema was das gesundheitswesen im moment so umtreibt es gab zuletzt einige trick aus den reihen der verbände was ist da passiert lukas da gebe ich dir vollkommen recht max es ist auf jeden fall eines der größten themen die im moment so anstehen und ja irgendwie auch glaube ich das thema was die amtszeit von karl lauterbach so ein bisschen ja definieren wird krankenhaus reform das schon richtig gesagt war schon einige male thema und jetzt gab es eben noch mal kritik der pflegeverbände und zwar an den geplanten rollen der pflegefachpersonen wir erinnern uns dass zunächst die regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerichte krankenhausversorgung ich finde diese namen immer klasse vorschläge zur reform der krankenhausversorgung in deutschland gemacht hat nun hat das bundesgesundheitsministerium einen referentenentwurf zur krankenhausstrukturreform veröffentlicht und ja einige vielversprechende vorschläge abgeändert christel bienstein die präsidentin des deutschen berufsverbandes für pflegeberufe drückt es so aus die reform wäre eine große chance den weg für ein zukunftsfestes gesundheitswesen zu bahnen für die aktuellen und kommenden herausforderungen mit immer mehr chronisch kranken und alten menschen müssen sektoren sowie professionsgrenzen überwunden und aufgaben neu verteilt werden die von der regierungskommission empfohlenen level 1i krankenhäuser mit pflegerischer leitungsfunktion durch zum beispiel advanced practice nurses sind ein gutes beispiel dafür sie können einen schlüssel für die sektorenübergreifende gesundheitsversorgung bieten und es wäre richtig und dringend die pflegefachlichen leitungen den notwendigen stellenwert zu geben im eckpunktepapier wird stattdessen die pflege wieder in ihre traditionellen schranken verwiesen statt die angekündigte pflegerische leitung in den level 1i krankenhäusern fachlich auszugestalten soll sie lediglich die geschäfte verwalten dürfen das ist ein verschwendetes potenzial und ein schlag ins gesicht für die profession pflege ein schlag gesicht ins gesicht für die profession pflege das ist ein ziemlich mächtiger satz wie ich finde zeichnet sich denn ab ob es da noch mal anpassungen am referentenwurf geben wird tatsächlich gab es am ersten juni also den donnerstag vor veröffentlichung dieser folge ein erneutes treffen der bund länder arbeitsgruppe für die krankenhaus reform gemeinsam mit dem bundesministern laumann und lucher sowie der gesundheitssenatorin schlotzhauer stellte lauterbach die ergebnisse der erneuten beratung vor die grundstruktur der reform steht so sagt es lauterbach wir sind zuversichtlich dass bis sommer die eckpunkte der reform stehen für euch noch mal ganz kurz zusammengefasst bei der krankenhaus struktur reform geht es nach den plänen des bundesgesundheitsminister um die entbürokratisierung des systems einer verbesserung der qualität der versorgung und eben auch einer entökonomisierung des systems die entökonomisierung soll laut plänen des bmgs durch die sogenannten vorhalte pauschalen vorangetrieben werden so sollen in zukunft rund ein drittel der kosten vor allem eben die kosten für personal und technik gedeckt werden die übrigen zwei drittel der kosten sollen die kliniken weiter aus den fall pauschalen erwirtschaften durch eine neustrukturierung der krankenhäuser in die level 1 2 und 3 sollen durch einheitliche mindeststandards bei personal räumlichkeiten und technische ausstattung eine verbesserung der qualität der medizinischen versorgung erreicht werden wenn ich mir das so anhöre scheint der fokus da mal wieder ziemlich auf den medizinischen zu legen kommt die pflege überhaupt richtig vor oder es ist wieder nur so nebenprodukt ja so ist es leider max und genau das ist auch ein weiterer kritikpunkt des dbfk ich zitiere noch mal aus der pressemitteilung die qualität pflegerischer versorgung und die leistung werden in den eckpunkten nicht einmal erwähnt pflege erscheint wie bereits im diag system lediglich als kostenfaktor wenn pflege als kostenfaktor und nur medizin als leistung betrachtet wird zeugt das von einem mangelnden verständnis von guter gesundheitsversorgung und von mangelnder wertschätzung pflegerischer leistung denn ohne professionelle pflege kann moderne medizin nicht erfolgreich sein man wiederholt damit einen fehler der fall pauschalen und zementiert überkommene machtstrukturen anstatt die reform an den patienten und ihren versorgungsbedarf zu orientieren so christel biedenstein in der stellungnahme des dbfk pflege als kostenfaktor das kommt mir irgendwie bekannt vor jetzt hätten wir das schon mal gehabt ja es ist frustrierend irgendwie schon aber ich habe noch ein bisschen hoffnung muss ich sagen denn am 29 6 gibt es noch mal ein treffen eben dieser bund länder arbeitsgruppe und über die sommerpause soll ein finaler referentenentwurf veröffentlicht werden denn lauterbach hat ziemlich ambitionierte pläne und möchte dass im januar 2024 das gesetz in kraft tritt wir haben euch in den show notes noch mal einiges zu dem thema verlinkt weil wir finden manchmal ist es ein bisschen schwierig da den überblick zu behalten und wir empfehlen euch auch noch einmal die folge 40 des pflegeupdates in der haben klarer und karo damals noch die pläne lauterbachs ausführlich zusammengefasst max du hast uns eine studie des bundesgesundheitsministeriums mitgebracht in der es um die arbeitsplatzzufriedenheit geht was genau steht denn da drin ja tatsächlich ist die studie nicht nur vom bundesgesundheitsministerium sondern ist aus der konzertierten aktion pflege da klingelt vielleicht noch was die konzertierte aktion pflege wurde 2018 von der damaligen großen koalition vom ehemaligen gesundheitsminister spahn zusammen mit dem minister für arbeit und soziales hubertus heil und familienministerin franziska giffey eingeführt sie wurde als langfristiger prozess zur verbesserung der pflege implementiert hauptziele sind und waren die stärkung der ausbildungszahlen bundeseinheitliche personalbemessung höhere löhne und bessere arbeits- und ausbildungsbedingungen auch unter der aktuellen ampelkoalition arbeitet die konzertierte aktion pflege weiter am 12 mai also am tag der beruflich pflegenden hat die cup nun die ergebnisse einer arbeitsplatz studie veröffentlicht mit wie ich finde recht spannenden ergebnissen okay wir kommen gleich auch noch zu den ergebnissen aber was war denn das ziel der studie was sollte herausgefunden werden ganz grundsätzlich war die frage gab es verschiedene forschungsfragen und zwar wie sollte ein pflegearbeitsplatz mit zukunft aussehen um mehr beruflich pflegende zu gewinnen sie zu stärken und zu entlasten welche wünsche und anforderungen haben beruflich pflegende an ihren arbeitsplatz und wo sehen beruflich pflegende die zentralen handlungsbedarfe ermittelt wurden so unter anderem die gründe für einen berufsausstieg oder die gründe für eine stellenreduktion was waren die ergebnisse konnten die fragen alle beantwortet werden ja also man kann sich die ergebnisse in der langfassung durchlesen das erspare ich uns jetzt aber mal ich fasse einfach mal sieben besonders relevante punkte auf und erkläre ein bisschen was dazu also der wichtigste punkt war die vereinbarkeit von familie pflege und beruf gefordert wurden hier explizit nicht nur sicherere dienstpläne sondern auch flexiblere schichtmodelle so dass man eben familie und den beruf gut miteinander verbinden kann zweitens was die attraktive bezahlung pflegende wünschten sich im durchschnitt knapp 40 prozent mehr gehalt auch gute personalausstattung war ein großer wunsch und zwar am pflegebedarf ausgerichtet und es gab explizit auch die forderung nach mehr hilfspersonal um eben von pflege fremden tätigkeiten zu entlasten dann wurden sich partizipative führungsmodelle gewünscht und eben die auflösung von unzeitgemäßen hierarchischen strukturen der fünfte punkt der vorgehoben wurde ist die stärkung der pflege profession insbesondere nicht nur durch studium sondern eben auch durch weiterbildung für langjährig berufserfahrene pflegekräfte aber auch die entwicklung von neuen rollen mit einer gewissen handlungsautonomie eben weg von dieser assistenz tätigkeit die ja leider in vielen vielen settings noch so ein bisschen ja festgefahren ist könnte man sagen auch der digitale arbeitsplatz spielte eine große rolle in der befragung also zum beispiel die digitale pflegekurve und die aktive förderung von berufseinstieg aber auch vom berufsverbleib hier wurden explizit die punkte verbesserung von strukturen und besetzungen ausgearbeitet die dann vermutlich zu einer rückkehr von personen in die pflege führen würden genauso eben auch eine höhere vergütung okay und in drei schlagworten zusammengefasst wollen pflegende was genau ja eigentlich relativ simpel ich glaube das ist auch allen klar die in der pflege arbeiten es geht um mehr gehalt es geht um sichere dienstplanung es geht um bessere besetzung wer die ergebnisse der studie noch einmal genauer lesen möchte kann einen blick in die show notes werfen da habe ich die kurzfassung einmal verlinkt und von daher findet ihr aber auch die langfassung der studie okay jetzt haben wir zwei große themen bearbeitet jetzt wollen wir natürlich die kurznachrichten nicht vorenthalten lukas was hast du mitgebracht das pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz hat eine nächste parlamentarische hürde genommen am 26 mai wurde der gesetzesentwurf der ampelkoalition angenommen und kann somit an den bundesrat weiter zur bearbeitung übergeben werden zuvor kam es aus den reihen der opposition und von verbänden immer wieder zu kritik an dem gesetzesentwurf die präsidentin des deutschen pflegerates christine vogler äußerte sich in einem interview mit dem heute journal wie folgt diese entlastung von der wir hier sprechen in dem gesetz ist am ende wirklich tatsächlich keine entlastung die bei den pflegenden angehörigen und auch nicht in der professionen pflege ankommt die erhöhung kommt zu spät wir warten seit 2017 darauf die fünf prozent sind klingen jetzt erstmal viel bedeuten aber in der umsetzung für die pflegenden angehörigen in der höchsten pflegestufe in einem höchsten pflegegrad in der einstufung 40 euro im monat das heißt da in der pflege im pflegegrad fünf ist jemand schweres best bettlägerig muss inkontinenz versorgt werden braucht eine körperunterstützung und 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 was man dafür material braucht und unterstützungsmaterial da sind 40 euro in den letzten sieben jahren als erhöhung viel zu wenig wir versuchen jetzt in der größten not nach vielen vielen jahren darauf hinweisen dass wir in diese not kommen werden versuchen wir jetzt die dinge zu ändern und ich erlebe in der politik wirklich ein großes wollen auch mit den kolleginnen kollegen vor ort auch aus dem bundesministerium ein großes wollen der veränderung aber für uns ist es immer wieder die frage warum so langsam warum nicht konsequenter und warum nicht die großen frage stellen also steuerfinanziertes gesundheitssystem public health mehr nach deutschland bringen große handlungskompetenz verteilung in die gesundheitsfachberufe hinein das alles fehlt in der diskussion momentan noch wenn das p u e g final verabschiedet wird erfahrt ihr es natürlich bei uns im pflegeupdate im land niedersachsen hat man eine beschwerdestelle pflege eingerichtet sie steht sowohl angehörigen aber auch pflegefachpersonen bei wenn sie anliegen oder beschwerden rund um das thema pflege haben die beschwerden sollen dann systematisch ausgewertet werden und bearbeitet werden spannend ist finde ich dass diese beschwerdestelle gesetzlich im dezember 2021 geregelt wurde also gerade mal ein monat nach der auflösung der pflegekammer niedersachsen wahrscheinlich sollte sie eigentlich dort angesiedelt werden ähnlich wie die ethikkommission also ein überbleibsel der pflegekammer anlässlich des internationalen tages der pflegenden hat die landespflegekammer rheinland-pfalz ergebnisse einer online umfrage veröffentlicht die pflegekammer formulierte mit den ergebnissen eine vision der pflege im jahr 2040 die einführung einer vier tage woche eine bessere vergütung altersgerechte strukturen eine bessere vereinbarkeit von familie und beruf auch durch flexible arbeitszeit modelle und einer ausgewogenen work life balance und ein an den pflegebedarf angepassten personalschlüssel sind als erste punkte formuliert worden die vizepräsidentin der landespflegekammer rheinland-pfalz appellierte in der pressemitteilung an die politik es ist jetzt an der zeit auf die bedürfnisse und sorgen dieser berufsgruppe einzugehen um so viele pflegefachpersonen wie möglich in diesem beruf zu halten andernfalls droht eine dauerhafte gefährdung der pflegerischen versorgung und diese betrifft uns dann alle die ergebnisse der umfrage sind für euch in den show notes verlinkt im jahr 2022 haben in nrw neun prozent weniger personen eine ausbildung zur pflegefachfrau oder zum pflegefachmann begonnen als ein jahr davor wie information und technik nordrhein-westfalen also das statistische landesamt mitteilt wurden insgesamt 14.298 ausbildungsverträge neu abgeschlossen 2021 waren es noch 15.700 39.201 personen befanden sich ende 2022 in der ausbildung zur pflegefachfrau oder zum pflegefachmann drei viertel von ihnen waren weiblich und ein viertel männlich ja max da sind wir schon wieder am ende der folge angekommen ich habe so ein bisschen das gefühl wir hätten auch echt noch ein paar mehr themen ja in die kurz nachrichten zumindest reinpacken können an dieser stelle gehen glückwünsche raus an den deutschen pflegerat der heute tatsächlich am tag der aufnahme sein jubiläum feiert die nächste folge vom pflegeupdate hört ihr wie gewohnt am 17 juni wir sind also wieder im normalen veröffentlichungsrhythmus wir freuen uns wenn ihr uns bei social media kontaktiert mit uns diskutiert abonniert uns gerne dann würde ich sagen max ähm dir noch ein schönes einen schönen restabend und wir hören uns bald wieder und wir hören uns bald wieder tschüss tschau